Herzlich Willkommen zu GDA5. Wir sind mit Franklin unterwegs in einem guten Oldtimer, dem Stallion. Ach, wir haben neue SMS'n und E-Mails. Ja, okay, die SMS haben wir ja sowieso schon gesehen. Das war die Mission für Devin Weston im letzten Part. Hier Barry mit seinem Rauchstreik. Mann, 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 was ist mit dem Kerl los? Und hier haben wir die SMS von Michael, der ein Fluchtfahrzeug wollte, klar. Und Amunation macht wieder Werbung. Via SMS oder ne, via E-Mail. Ja, SMS wäre schon sehr persönlich. Und dann schauen wir mal, was wir hier für Lester erledigen können. Und hoffentlich bringt es uns mal ein bisschen Geld in Sachen Aktien-Deals. Ach, da hinten ist es. Okay, das ist jetzt die Frage. Arbeitet er für Fruit, der Kerl, oder gegen Fruit? Es ist ja so, in der Mission steigt die Aktie von dem Unternehmen, von welchem man den Mitarbeiter gerade umbringen soll. So, ganz kurz schauen wir dann mal bei Fruit. Da ist es ja. So, und das heißt, es wäre ganz ratsam, jetzt unser gesamtes Geld wieder abzuheben. 580.000, da haben wir aber ordentlich Verlust gemacht. Na, warum bin ich denn da nicht in die Aktien mehr reingekommen? Und dann gehen wir hier auf den Index und schauen mal, wie sich Fruit weiterentwickelt. Ja, das sieht ein bisschen nach einem Apple, nach der Apple-Verarsche aus. Und auch das Handy, was man auf diesem sehr, sehr bekannten Bild, äh, Wallpaper gesehen hat, wo eine sehr leicht bekleidete Frau ein Selfie macht. Das war ja auch mit einem Fruit-Handy. Und deswegen, ja, ist es gar nicht so schwer, da eine Assoziation festzustellen. Oh, die hat sich ein bisschen erschrocken. Ja, okay. Ich soll vielleicht doch lieber auf die Straße schauen, wenn ich fahre. Wäre mal ganz sinnvoll. Statt mich hier hin und her umzublicken. Obwohl Los Santos ja so eine schöne Stadt ist, ja. Da würde man am liebsten selbst gerne versinken in die Spielwelt. So, und hier warten wir jetzt auf diesen Typen. Dann ist es halt so, ihr investiert das Geld und dann müsst ihr es direkt... Danach müsst ihr es direkt wieder verkaufen, die Aktien. So, und wir müssen jetzt hier warten, bis der Typ zu der Prostituierten kommt. So, derweil kann ich noch mal ganz kurz schauen, wie sieht es denn hier bei den Aktien aus. Prozentualer Gewinn 0. Na, minus 0,1 Prozent. Ich hoffe, das steigt jetzt ein bisschen an. I'm waiting for someone. Ja, das kann auch nur eines bedeuten, nämlich, dass dieser Typ hier mit ihr verabredet ist. Frigid Ice and Storage. Interessante Lagerhalle. Ah, und da ist jemand. Kann der das sein? Ich glaube nicht, oder? Warum sollten wir auf den Kerl einen Attentat verüben? Der hat doch sicher keinen Einfluss auf die Wirtschaft. Ja, ich wollte auch schon sagen. Oh, aber das sieht nach einem etwas wohlhabenderen Mann aus. Hey, Baby. Du missest mich? Schalte die Zielpersonen aus. Na, mit welcher Waffe sollten wir das tun? Oh, der hat sogar eine Pistole, der Kerl. Eieieiei, was geht mit dem ab? Und das gefällt mir. Hier wird man nicht künstlich gebremst vom Spiel, damit man in eine bestimmte Szene kommt. Sondern man kann ihn direkt ausschalten. Und jetzt müssen wir uns von hier verziehen. Ich verlasse das Gebiet. Guter Hinweis. So, und dann schauen wir nochmal. Ja, erstmal... Doch, schön. Das sieht doch gut aus. Goldmedaille, da freue ich mich drüber. Und dann schauen wir ins Portfolio. Ja, die Aktie, die ging nach oben, aber... Ja, jetzt wird die sicher stark nach unten gehen. Ja, okay, dann verkaufe ich jetzt erstmal alle. 688.000? Okay, das war ein guter Gewinn, wie es aussieht. Davor hatte ich doch 580.000, oder? Das kann ja nicht sein, dass ich 100.000 von Lester bekommen habe, von dem alten Geinskragen. So, Los Santos Customs hat mich nochmal... Angeschrieben. Moment. Wie sieht denn das jetzt mit der Aktie aus? Okay, Fruit ging nach oben. Geht's jetzt wieder runter? Oh, die geht jetzt allgemein nach oben. Okay, okay, ganz schnell investieren. Ja, okay, da seht ihr es. Ich habe, glaube ich, nicht gut aufgepasst. Auf jeden Fall, schnell zu Michael und Trevor, dann das Geld schnell, schnell investieren. Ja, wenn man da nicht aufpasst, weiß man nicht, ob man da rein investieren soll oder die Finger davon lassen sollte, weil die Aktie jetzt ganz, ganz böse einkracht. Kann auch sein, dass ich jetzt jetzt... Kann sein, dass ich jetzt ein bisschen was falsch verstanden habe auch und dass es tatsächlich so ist, dass ich da nicht rein investieren sollte. Egal. Machen wir ganz schnell. Zack, zack. Wo haben wir Fruit? Das geht auch sicher nochmal weiter hoch. Im Depot 0. 550.000 Dollar. Die investieren wir. 490 ist der Wert einer Aktie. So, und das dauert jetzt zwar einen Moment, aber später wird es uns auch einiges bringen. Okay, da hat er scheinbar jemandem sein Gemächt gezeigt und der flüchtet jetzt vor Trevor. Hervorragend. Okay, 489. Das werden wir noch ein bisschen beobachten. 110.000. Mann, ist Trevor ein armer Schlucker. Im Vergleich zu den anderen beiden natürlich. Zu 110.000 würde ich nicht nein sagen. So, und wen haben wir hier? Barry. Haben wir den mit Trevor schon mal gesehen oder nicht? Ich glaube nicht. Gehen wir mal hin. Ist auch gerade um die Ecke. Müssen wir hier keinen Ausweg finden aus der, ja, aus diesen Kanalisationsabwasserdingern. Wie auch immer. Oh, nein. Nicht runterfallen. Okay, das war mega skillig von Trevor. Dass er da nicht runtergefallen ist. Oder auch ein bisschen buggy vom Spiel. Ja, okay, hier. Heute ist Oldtimer-Zeit. Muscle Cars. 550 CI Spare GT. Ah, ne, Sabre GT, oder? Steht das Spare? Ne, Sabre. So, und Barry ist, wie schon bei Michaels Alien-Vision, hier. Und dann gucken wir mal, was hier los ist mit Barry. Ob er schon vorangeschritten ist mit irgendwas. Können wir ein Signature, Sir? Für was? The most important fight of all. Poverty. No, another most important fight. The AIDS. No, another one. Animal welfare. Legalisation. Hier, sign. Shit, where's my pen? Where's my pen? Legalisation of what? Of things the Founding Fathers took as a right. To consume medicinal plants. Plants. Legalised smoke? Yeah. You fucking kidding me? I make a shitload of money selling that, alright? The last thing I can handle is legalisation. Now fuck off! Take a drink. No, I don't smoke it anymore. Interferes with the speed. It's really good weed. Alright, give it here. Na, da hat er sich schnell überreden lassen. Hm? Okay. Hervorragende Sequenz. Manch einer hat Angst vor Aliens. Manch einer vor Clowns. Okay, Clown-Transporter vernichten. Das erinnert optisch ein bisschen an die Far Cry-Missionen, in denen man voll verdrogt ist. Ach, das ist eine Schrotflinte, mit der wir schießen, oder wie? Das ist der beste, worst trip ever. Ja, es sind zumindest mehrere Aufpralllöcher. Oh nein. Weg mit dem Teil. Warum läuft sie noch direkt in den Weg? Okay. Hier ist noch einer. Oh, oh, da ist noch einer. Zwei. Sie kommen von überall, die Clowns. Ach, die ziehen einem tatsächlich sogar Leben ab. Ich hab mich gewundert, warum ich bis jetzt kein Leben verloren hab. So, komm schon, da ist noch einer. Den kriegen wir auch noch. Es ist egal, was hier in Los Santos passiert. Wir müssen die Clowns erledigen. Ja, Trevor endgültig verrückt geworden. Das glaub ich auch. Okay. Das erklärt auch einiges über seine Vergangenheit. Hat Angst vor Clowns gehabt. Oh Mann, wie viele sind das denn hier? Oh Mann, wie viele sind das denn hier? Ja, bestanden. Leider nur Bronze. Oh Mann, da muss ich mir mal anschauen, was ich da nicht erfüllt habe. Aber ich fand dieses Argument von Trevor auch gut. Ich verkaufe das Zeug und verdiene damit Vermögen. Das Letzte, was ich gebrauchen kann, wäre das zu legalisieren. Er hat recht. Och Mann. Nicht, dass ich das, was er tut, befürworten würde, aber er hat einen Punkt, warum er nicht dahinter stehen sollte. Ja, und dann würde ich sagen, nutzen wir jetzt nochmal den Rest der Folge, um hier nochmal zu randalieren. Fahren einfach auch mal alles auf dem Weg dahin um. Bäm. Einfach alles kaputt machen. Och, den Kollegen hat es komplett umgehauen. Ich bitte dich, so hart war der Aufprall nun auch wieder nicht. Das war gefühlt 40, 50 kmh in GTA-Geschwindigkeit 20. Und auch die. Was ist denn mit den Leuten los? Pick your ring. Ja, wir schnappen uns jetzt erstmal unsere Waffe und dann wird schon wieder irgendjemand hier verscheucht. Mal schauen, gegen wen das sich dieses Mal richtet. Das war's. Das war's. Okay, Trevor wieder hervorragend drauf. Ach, kommt schon. Habt ihr alle Angst vor mir oder wat? Verständlicherweise. Und die Granate. Oh, oh, direkt in die Menschenmenge. Ich wollte die eigentlich hier aufs Auto werfen. So, renn lieber weg, Kollege. Genau so. Und weg hier. Ach komm, der doofe Zaun. Okay, ich schieße eine 80. Oh, das Auto brennt schon, oder wie? Oh ne, die sind hier alle auf dem Dach, oder wat? Ja, komm mal einer runter, bitte. Oh, der ist hier mit dem Raketenwerfer angekommen. Ah, ich brenne. Ich brenne. Boah, du Mist-Sau. 34 Kills. Ja, da bin ich aber ein bisschen selbstenttäuscht. Ja. 50 hätten wir töten müssen. Gut. Aber die haben wir alle vertrieben. Ach komm, und das Auto ist weg. Ich wollte mich gerade umdrehen und mich ins Auto setzen. Und dann schön abmoderieren. Ne, da müssen wir noch eins klauen. Hm, klauen. Das Motto des heutigen, der heutigen Episode. Travers Angst vor Clowns. So, dein Auto gefällt mir. So ein bisschen Range Rover mäßig. Danke dafür. Gut, dann bedanke ich mich euch, äh, bei euch. Herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Hoffen, es hat euch dieses Mal gefallen. Und ihr schaltet auch nächstes Mal bei GTA 5 ein. Haut rein. Bis dann.